Die Commerzbank zeigt mit ihren Sponsoring-Engagements unter anderem ihre unternehmerische Verantwortung für die Gesellschaft. Dabei setzt sie inhaltlich zwei Schwerpunkte, Sport und Bildung. Das grüne Band vereint beides in überzeugender Weise. Wer die Zukunft mitgestalten will, der muss seiner Zeit voraus sein. Daher setzt das Engagement der Commerzbank bei der sportlichen Jugendförderung an. Eine Investition mit Perspektive. Kinder und Jugendliche trainieren im Breiten- und Leistungssport nicht nur ihre körperlichen Fähigkeiten. Sie entwickeln mit dem Erleben von Teamgeist, Freundschaft und Fairness auch eine starke Persönlichkeit. Der Sport leistet somit einen wichtigen Beitrag zur Gesundheit, stärkt soziale Kompetenzen und fördert gesellschaftliche Integration. Das Einzigartige am grünen Band ist, dass die Commerzbank mit dem Deutschen Olympischen Sportbund diesen Preis, diese Förderung entwickelt hat, die direkt bei den Kindern und Jugendlichen in den Vereinen ankommt. Die Commerzbank fördert damit jedes Jahr seit 25 Jahren 50 Vereine und sichert damit, dass in Deutschland Kinder und Jugendliche die Freude am Sport entwickeln können, ihre Leistungen steigern können und idealerweise auch ihre persönlichen Erfolge feiern können. Über diese Basisarbeit hinaus fördert die Commerzbank ebenso den Spitzensport. Sie unterstützt den DFB und die Nationalmannschaften der Männer und Frauen. Ein starker Partner steht der Commerzbank auch für das grüne Band zur Seite. Der Deutsche Olympische Sportbund. Das grüne Band ist aus dem deutschen Sport gar nicht mehr wegzudenken. Es ist ungeheuer wichtig für die Arbeit unserer Sportvereine, weil es einen Anreiz bietet für gute Arbeit. Und zwar nicht nur auf der Ebene des sportlichen Erfolges, sondern auch was die anderen Tätigkeiten unserer Vereine angeht, die gesellschaftspolitische Bedeutung haben. Die Wertevermittlung an Kinder und Jugendliche. Die Integration von Menschen mit Behinderungen, von Menschen mit Migrationshintergrund. Der Beitrag zur Rehabilitation. Ich könnte viele dieser gesellschaftspolitisch wichtigen Aufgaben aufzählen. All das fördert das grüne Band, fordert sie nicht nur, sondern gibt einen Anreiz für die Vereine. Und deswegen ist das so wichtig. Durch die Verleihung des grünen Bandes findet die wichtige gesellschaftliche Rolle der Sportvereine Anerkennung. Zugleich empfangen die Kinder und Jugendlichen Lob für ihre Spitzenleistungen und Ansporn für die Zukunft. Seit mehr als 25 Jahren unterstützt die Commerzbank durch das grüne Band die nachhaltige Jugendarbeit der Vereine in Deutschland. Von den bisher rund 8 Millionen Euro Förderprämie profitierten über 200.000 sportbegeisterte Kinder und Jugendliche. Grund genug, das grüne Band auch in Zukunft fortzuführen. Damit aus dem Nachwuchs von heute die Sieger von morgen werden. TVN!